Swirl TV. Stream what you really like. Voriges Jahr war ich auf dem Schwarzen Meer. Wir haben da was gefunden. Auf dem Meeresgrund liegt eins von Hitlers U-Booten. Beladen mit Gold. Längst nicht so aufregend wie erwartet. In Black Sea gehen alternde Seeleute unter Befehl von U-Boot-Kapitän Jude Law auf die Suche nach versunkenem Nazi-Gold. Aber weder das Drehbuch noch die Schauspieler verfügen über die nötige Sensibilität für ein explosives Kammerspiel. Das ist eine neue Art von Lebensform. Ein neuer Schritt in der Evolution. Du bist Chappie. Ist künstliche Intelligenz wirklich das Ende? Der Roboter Chappie jedenfalls will in dem gleichnamigen Sci-Fi-Drama Teil der Menschheit werden. Nur ist die noch nicht bereit für ihn. Ebenso wie in seinen brillanten Werken District 9 und Elysium schafft Regisseur Neil Blomkamp ein superversives Spektakel zum Nachdenken. Vergöttern wir unser Gegenüber und tun auch noch so, als sei er wirklich dieser Gott, der er nicht ist, und werfen ihm das dann vor. Tust du mir denn nicht ein wenig Unrecht? Ein paar türkische Intellektuelle ziehen sich im Drama Winterschlaf in die Abgeschiedenheit eines Höhlenhotels zurück und reden darüber, was man tun müsste, könnte oder sollte. Klingt erstmal nicht so spannend, aber der letztjährige Gewinnerfilm in Cannes entwickelt sich zum wunderbaren Kammerspiel um verschiedene Lebensentwürfe. In der Romanverfilmung Da muss Mann durch, will der verträumte Paul die Eltern seiner Traumfrau von sich überzeugen. Dazu reist er zu deren Anwesen auf Mallorca und die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Auch filmisch, der Streifen steckt voller Stereotypen, ist vorhersehbar und hat kaum echte Lacher zu bieten. Swirl TV, ein Programmguide, der unterhält und eine Suchmaschine, die findet. Alle Filme und Serien auf Video on Demand.